Hallo, hallo, dreifach, hallo zu dreifach, Grusel. Ich bin hier gerade alleine im Wald. Und es ist dunkel. Es ist 18 ungefähr und es ist kein Mensch unterwegs. Creepy. Vor allem, hier ist so eine alte Kapelle. Und das habe ich mit Hörern so begraben. Creepy. Ich bin auf dem Weg zum Friedhof. Ich bin auf dem Weg zum Friedhof. Ich bin auf dem Weg zum Friedhof.